Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, habt ihr den eben hier auch gesehen? Der war hier und hat tatsächlich meine Sendung übernommen, um Schleichwerbung zu machen für den neuen Nissan Leaf, der jetzt ganz günstig zu haben ist. Wenn Sie nur mal sich etwas Gedanken über die Umwelt machen, werden Sie sehen, dass die Nissan Leaf Ladestation nicht nur ein stylisches Accessoire für Ihre Stadt ist, sondern auch wunderbar für die Umwelt. Wer oder was das hier ist, Hermann Baumann, sorgt für Sauberkeit, Herkunft, Nissan Leaf Ladestation. Ja, die Nissan Leaf Ladestation lädt nicht nur ihren Nissan Leaf auf, der sorgt auch noch für tolle Arbeitsplätze. Fragen Sie Hermann Baumann, ich arbeite hier schon seit mehreren Stunden und muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Da hier in der Nissan Leaf Ladestation kaum Dreck gemacht wird, die Leute kommen ja nur her und stecken Stecker in ihr Auto. So, dump the pump? Ja, schön, dass Sie es auch lokalisiert haben. Die Leute hier ja nur ihr Zeug irgendwie aufladen mit diesen Solarpänen, das habe ich nicht wirklich viel zu tun. Toller Job, okay, ab und so muss ich hier rauf und das Schild putzen. Das ist ein bisschen gefährlich, weil hier nämlich kein Geländer ist, müssen Sie wissen. Und ich auch Höhenangst habe, aber ich meine, ich habe sonst nichts zu arbeiten und das Arbeitsamt hat gesagt, die kürzen mir die Leistung. Also kürzen mir das Arbeitslosengeld, wenn ich hier nicht sauber mache. Aber, nun gut, muss ich halt, ne? Und, äh, was sagt Hermann Baumann dazu? Mein Mann, das ist auch Hermann Baumann. Tank Sonne. Ah, ha, tank Sonne, sehr schön. Ich will dieses Auto jetzt haben. Warte, warte, wenn er, sobald er raus wird, machen wir Pause. Zack, 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 zack. Okay, langsam, langsam raus. Kommst du her? Kommst du? Irgendwann, irgendwann muss er mal gut sein. Ja, wenn das hier mehrere Stunden dauert mit dem Aufladen, dann weiß ich nicht, ob das wirklich die perfekte... Ah, warum fährst du jetzt so schnell weg hier? Ich krieg dich, ich krieg dich, ich weiß, wo du bist. Nein, warte, da ist einer, da ist einer. Nein, ah. Keine Sinn, warte mal, in der Stadt müssten doch jetzt eh ganz viele Nisandives rumfahren, oder nicht? Äh, und warum sind die so schnell? Warum sind die so schnell im Schildkröten-Tempo? Achso, ich kann ja immer noch Pause machen. Okay, warte, warte, ich sehe hier mehrere, glaube ich. Das ist doch bestimmt einer, oder? Guck mal, Robby Wessel können wir anklicken. Elfie Welte dagegen, Elfie Welte, ist auf dem Weg ins Stadion. Wir haben kein Stadion, Elfie. Elfie hatte schon immer Probleme, Realität und Raum voneinander zu unterscheiden. Kann es sein, dass das hier alles Nissan Leafs sind? Sind das nicht ein bisschen überproportional viel? In hier ist einer. Oder haben wir vorher auch türkise Autos, die wie Müllwagen aussahen, nur in klein? Und er hier. Vielleicht ist das auch nur meine, ähm, selektive Wahrnehmung gerade. Und es sind gar nicht viel mehr Nissan Leafs da. Wie? Oh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Nissan Leafs jetzt den Verkehr total verstopfen, dass das Spiel sagt, und da noch einer, und da noch einer. Da sind zwar nicht wirklich Menschen drin, die von A nach B fahren und etwas zur Stadt beitragen, aber dafür sieht das ganz gut aus. Und jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verschluckt. Hm? Heilernei, da, äh, kommt mir mein Hochmut teuer zu stehen. Kein Wunder. So, wir sind bei 88.000. Huiuiui. Da hat sich die Steuererklärung, Steuererklärung, Steuererhöhung, natürlich gelohnt. Ich bin gerade dabei, meine Steuererklärung zu machen. Deswegen ist das Wort momentan bei mir in aller Munde. Also eigentlich nur in meinem, äh, ja, Blüderspruch. Äh, ist aber so. Ähm, Einwohner. Wenn wir hier die Steuern senken, dann müssten uns die Leute doch hier die Stadt einrennen. Müssten, machen wir aber nicht. Ähm, wir machen nämlich die nächste Veranstaltung erstmal klar. Wieder für den Mittelstand, mache ich. Denn der Mittelstand ist der neue Unterstand. Trümmer, planieren, grundfehlende Kunden. Das ist doch kein Grund, das Haus zu zertrümmern. 15 verlassene Gebäude. Bestimmt ja unten in der Ecke, oder? Ne, wo denn? Gar nicht wahr. Gar nicht wahr mit den 15 verlassenen Gebäuden. Sonst würde mir hier angezeigt werden. Ich sehe keine verlassenen Gebäude. Von daher, planieren wir auch nichts. So, mit all dem Geld, das wir jetzt in der Tasche haben, ähm, machen wir folgendes. Wir warten noch ganz kurz, bis wir dann über 80.000 kommen und schicken das auch an C wie großes Industriegebiet. Aber wofür eigentlich? Es wird ja INI ankommen. Es wird INI ankommen. So wie man das Spiel kennt, dauert das mehrere Tage. Die Zeit haben wir nicht. Da gehen wir sofort raus. Zurück zu C wie großes Industriegebiet, wo die Leute vor Verbrechen sich nicht mehr auf die Straße trauen. Warum aber auch? Es gibt ja draußen ja nichts, wofür es sich rauszugehen lohnt, außer Industrieanlagen. Ähm, dafür können die Leute ja wunderbar in C wie Begonienheim. C wie Begonienheim. Hi dann, hi, mein Kopf. In Begonienheim, äh, wunderbar spazieren und flanieren gehen und wohnen und dann hier arbeiten. Wenn das ein gutes Spiel wäre, würde das auch locker flockig funktionieren. Aber, wie ihr seht, ist die Nachfrage nach Wohngebiet einfach riesig. Ja, ähm, ich sollte mir merken, für die nächste Stadt, für die nächste Region. Schatzi, nehmen wir den Bus. Nö, ich hab jetzt keine Lust. Und den? Hm, nö, der gefällt mir nicht. Aber Schatz, du weißt doch, Busse dauern ewig, bis der nächste kommt. Okay, äh, außer der hier. Aber Schatz, wenn wir jetzt den Bus nicht nehmen, dann kann es gut sein, dass wir den nächsten total verpasst. Okay, den vielleicht. Schatz, sag mal, ist das ein Buszug oder was ist das? Äh, wie wär's, wenn wir diese Straße hier mal upgraden, mit dem bisschen Geld, was wir noch haben? R, mittelhoch, mittelhoch. Ich weiß zwar nicht genau, warum. Bestimmt, weil wir dir irgendwann gesagt haben, dass das Bussehaltestellen sind und so ist es auch. Äh, ja. Machen wir das doch mal mit mehreren hier. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Stadt boomt ohne Ende. Mittlere Dichte. Warum habe ich hier überall nur niedrige Dichte genommen? Weil ich Geld sparen wollte am Anfang. Wenn ich mir gedacht habe, hier wohnt eh keiner. Und jetzt wohnt doch der eine oder andere hier. Naja. Ähm, blablabla, was wollte ich gerade sagen? Ah, das Erzbergwerk. Dieses haben wir niemals fertig ausgebaut, ne? Sowas darf ja später auch nicht passieren. Erzbergwerke zu bauen und sie dann nicht komplett auszubauen. Ein absolutes No-No. No-No oder No-Go. Also ich habe immer gedacht, es gibt nur No-Go. Und dann habe ich mal No-No gehört und dachte, haha, ist die blöd. Ich weiß nicht mal, wie das richtig heißt. Und dabei war es anscheinend richtig. Hier können wir noch ein tolles Erzbergwerk bauen. Und was ich auch nächstes Mal in der neuen Stadt dann unbedingt machen will, ist folgendes. So, jetzt pass auf. Hier ist das Erzbergwerk. Die Transporter kommen hier raus und können nur in diese Richtung fahren, ja? Wenn sie in die andere Richtung fahren wollen, ich weiß gar nicht, ob sie das machen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Naja, aber mal genommen, es ist eine Allee. Sie können nur in diese Richtung fahren. Deswegen werden wir das Handelsdepot auch tatsächlich... Oh, hier ist es instinktiv richtig gemacht worden. Genau, hier bauen nämlich, dass sie nur die Straße raus müssen, ein paar Meter fahren, ins Handelsdepot und gut ist. Dann brauchst du hier einen einzigen Transporter für 10.000 und hast ja 30.000 gespart an anderen Transportern. Ja, und hier ist es dann so, dass die Transporter von hier ja raus müssen aus der Stadt oder aber zu diesem Umschlagsplatz, der immer noch nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum der Umschlagsplatz nicht funktioniert. Weltmarktlieferung verwalten. Okay, dann exportiert doch mal Öl. Ich meine, wir haben doch Öl. Oh, maß. Oder nicht? Wir sind eh gleich wieder pleite. In zwei Stunden. Das geht nicht lange gut. Polizei können wir schließen oder aber die Kredite bedienen. Machen wir aber nicht. Genau, deswegen so ein Umschlagsplatz immer... Warte mal, das ist doch auch... Ein Handelsdepot ist was anderes als ein Umschlagsplatz. Das ist klar. Warte mal, das muss ich aber selber nochmal gucken. Ich bin total verwirrt. Nicht das nächste Mal hier. Genau, der Umschlagsplatz... Größere Lager verfügen über 10 mal so viel Kapazität wie das Handelsdepot. Ah ja, da ist der Umschlagsplatz praktisch ein riesen Handelsdepot. Und von hier aus kann man nämlich über Schiene oder Wasserweg das Zeug auch an den Mann bringen. Das heißt, wenn wir hier eins haben und jetzt auch Schienen dort hätten, würde es sich wirklich lohnen, die Schienen hier hin zu verlegen, um hier einen riesen Umschlagsplatz zu bauen, bei dem dann alles zusammen läuft und eben per Schiff und Fracht und höchstwahrscheinlich noch per Flugzeug vertickt werden kann an aller Herren Länder. So, wir haben hier zweimal Öl, einmal Kohle. Ah ne, dreimal Öl sogar. Ne, zweimal. Das hier ist die Ölzentrale. Äh, zweimal Erz, einmal Kohle. Da hätte ich gerne noch mehr Kohle, aber woher nehmen wir nicht Stählen? Aber wir haben uns mit der Funktionsweise des Umschlagsplatzes, des Handelsdepots und dieser verschiedenen Dinge vertraut gemacht. Einen Schmelzofen habe ich immer noch nicht gebaut, aber ich kann mir denken, wie der funktioniert. Äh, das ist dann das nächste Level, auf das wir gehen. Oh, da, schau her. Spitzenwaren, Rohöl, 171.000 Simoleons pro Tag. Ah ja. Profit. Ah ja. Ah ja. Aha. Kohle ist am günstigsten. Da lohnt sich Öl. Öl ist der Geldbringer. Da werden wir ganz viel Öl machen. Nicht genehmigt. Update für Zentrale verfügbar. Jetzt schon. Handelszentrale. Also gegen die Rohölzentrale haben wir uns ja entschieden dafür. Wobei, kostet ja nichts. Yay. Und hier oben wunderbar. Wofür soll das hier sein? Sollen das stilisierte Ölbautürme darstellen? Hm. Ähm, die Gewerbeabteilung. Okay, das können wir dann bauen anstatt einer Handelsdingens. Raffinerieabteilung. Ölraffinerie. Die ist glaube ich nicht verkehrt. Da machen wir noch mehr. Ja, das Schild wirbt für, das Schild wirbt in Anführungszeichen für eine saubere Umwelt. Aber es bleibt ja nicht da, wo es ist. Wir haben hier schon eins gebaut. Können aber trotzdem noch gern so viel bauen, wie wir wollen. Kosten die auch hoffentlich noch Geld. Ah ne, Geld wird mir leider nicht mehr abgezogen. Das muss auch so gehen. Okay, dann haben wir die Industrie hinter uns gelassen. Wir haben das Glücksspiel erforscht. Wir haben in Begonienheim eine tolle Stadt gebaut. Irgendwann Sonntagsberg war mal gerade. Gehen wir nochmal nach Begonienheim. Wo wir noch das ein oder andere Experiment wagen, was die Einwohner angeht. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt für die Weiter- und Späte-Region, immer her damit. Ich bin für alles offen. Wobei ich natürlich auch schon so ein kleines Konzept mir überlegt habe, was ich gerne ausprobieren möchte. Und dort dann auch, ich weiß gar nicht, welche Great Works, also welches Großprojekt wir an Angriff nehmen wollen in der neuen Region. Und ich kann mir vorstellen, dass das die Arkeologie wird, weil die am besten ist, oder? Also die ganzen Arbeiter, die dann dazukommen eben, die sind ja hier für die Nachfrage-Wohngebiete dann ideal. Und dann kannst du eben in deiner Industriestadt noch mehr Industrie bauen, damit noch mehr Geld scheffeln. In deiner Tuchistadt auch komplett auf Einwohner praktisch verzichten. Nur Casinos, Gewerbegebiete und öffentliche Gebäude und Sehenswürdigkeiten. Und dann hast du noch so, ja, ein, zwei Städte, die ganz hübsch aussehen. Wie zum Beispiel die hier. Die sieht ganz schön, ganz hübsch aus. Der Woodland Park. Äh, was für Experimente wollte ich hier wagen? Äh, 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 gar keine mehr, glaube ich. Ich glaube, wir sind hier wunschlos glücklich. Wir sind hier 10.000 pro Stunde. Heieiei, und das bei 10 Prozent. Ah, wir haben kaum Ausgaben. Okay, Parks und Polizei. Ähm, Auftragsbelohnung 15.000. Und keine Kredite am Laufen. So muss eine Stadt aussehen. Ich glaube, so machen wir das nächste Mal auch mehr. Lassen sie einfach wachsen, wachsen, wachsen. Ähm, reagieren immer nur auf, ähm, auf die Anforderungen, anstatt von vornherein drauf einzugehen. Das wäre nämlich viel zu teuer. Und wenn wir dann auch noch es schaffen, ich habe es satt, die Kinder zum Sport immer aus der Stadt herausfahren zu müssen. Ja, wie ich früher, wie ich alles auch satt. Und hat sich um jemand mich gekümmert? Nein! Heldes Turnunterrichts. Ja, nimm doch deine. Nimm die Sporthalle. Stell sie neben die Schule. Und sei froh, dass sie ja alles neben der Tür hast. Wenn ich das früher gehabt hätte, ich wäre so froh gewesen. Aber nein! Mit dem Bus haben wir in die Nachbarstadt fahren müssen. Warum wird mir das Schild hier immer angezeigt? Warum werden wir doch schon ein Schild haben? Behandeln Sie null kranke Patienten. Mache ich gerne. Ding! Und, äh, welche Belohnung haben wir bekommen? Wird schon nicht mehr angezeigt. Früher wurde das angezeigt. Heute muss man das selbst gucken. Äh, ah, anscheinend gibt's nix. Okay. Wieso habe ich hier noch ein Klassenzimmer hingemacht? Weil, äh, besser. Lieber no, äh, kein no child left behind. Wie war's mit der großen, ähm, Feuerwehrstation? Chemikalienschutz. Machen wir. Ach ja, genau. Das ist nämlich noch das eine, was ich gerne machen wollte. Ein Zuschauer hat mich drauf hingewiesen, dass ich im Let's Play bis heute keine große Feuerwache gebaut habe. 85.000 Reaktionsdauer, 6 Minuten. Das passt schon. Äh, genau. Keine große Feuerwache gebaut habe. Ich hab's mal im Livestream gebaut, aber nicht hier. Und, um das hier jetzt noch so abzurunden, um zu, äh, um das hier alles so schön, ja, wie gesagt, zu beenden. Fast schon. Morgen ist ja die letzte Folge hier in, äh, die, in Egon Sonja. Ähm, werden wir jetzt noch das letzte verfügbare Gebäude bauen, was wir noch nicht gebaut haben. Wir werden nämlich, äh, wir haben, glaube ich, so gut wie alles gebaut. Gehen wir mal kurz durch. Hier Metallzentrale. Schmelzhütte kommt noch. Verbessertes Kohlebergwerk. Ah ja. Ingenieursabteilung in der Metallzentrale. Ah ja, das ist ja alles Dinger. Die können wir noch bauen. Die Ölraffnerie genauso. Handelszentrale, Umschlagsplatz haben wir gebaut. Elektronik kommt alles noch. Das ist dann, ähm, müssten wir die Prozessorfabrik nicht eigentlich in, äh, Egon Sonjaberg bauen können. Das schauen wir noch nach, sofort, nachdem wir die, äh, große Feuerwache gebaut haben. Zack. Große Feuerwache. Die sieht schon größer aus als die normale Feuerwache. Und, ja, schön gemacht. Schauen wir mal, was wir hier alles, äh, bekommen für. Feuerwehr-Einsatzturm. Die Löschfahrzeuge werden doppelt so schnell ausgesendet. Der muss hier hin. Dann ein Schild vorne dran natürlich. Die Feuerwache mit zwei Äxten. Lustig, dass sie, äh, Feuerwachen ja die Äxte zum Symbol haben. Klar, ich weiß, äh, sie brauchen die Äxte, um eben Türen einzuschlagen. Aber, weißt du, statt irgendwie, gut, ich denke mal, irgendwie ein Spritzwasserschlauch, wäre jetzt nicht ganz so eindrucksvoll gewesen, als Piktogramm. Von daher passt das schon. Okay, die Folge war, ist gebannt. Jetzt noch, ganz kurz nach Egon Sonnagsberg, um zu schauen, ob es dort möglich ist, die Prozessorfabrik zu bauen. Falls ja, werden wir die nächste Folge bauen. Und, äh, haben dann, glaube ich, wirklich alles gebaut. Fast, also gut, so gut wie. Aber wir sind dann top vorbereitet für die neue Region, die wir nächste Woche starten werden. Ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf. Ja. Und, äh, auch platzsparend. Dann ist, äh, vorbei mit hier langweilig und sieht gut aus und Kreise. Nee, nee. Hier wird dann nur noch, äh, im Viereck gebaut. Das muss sein. Effizienz, Galor. Wir können, okay, eine Stadt können wir vielleicht ein bisschen schöner bauen, aber der Rest im Viereck. Freies Unternehmen. Top-Lage, beste Lage, ja, wird hier verschwendet durch so einen Supermarkt, einen Megastore, wo keiner drin arbeiten will. Warum bin ich hier überhaupt? Wegen der Prozessor-Fabrik. Sagt mir das doch jemand. Tatsächlich, Prozessor-Fabrik. Heutzutage scheint es Prozessoren für alles zu geben. Produktionsrate, 2400 Kissen pro Tag, 160.000 Simoleons ist gekauft. Annehmen, zack. Und die Prozessor-Fabrik, weil wir nämlich jede Menge, äh, tolle, äh, moderne Industrie hier haben. Jetzt schauen wir mal, ob die Prozessor-Fabrik, ähm, was die so für Auswirkungen hat. Wenn wir sie zum Beispiel hier hinstellen, wobei wir da wieder viel abreißen müssen. Und hier, da wäre, ja, nee, aber schon ist so Richtung, äh, Richtung Wohngebiet fände ich nicht schlecht, um zu sehen, ob die Leute das annehmen oder, ach, nirgendwo Platz. Nirgendwo ist Platz. Äh, hier wäre einiger, ach, sag mal, es gibt's doch nicht, das hier, wie viel Platz braucht denn diese Prozessor-Fabrik. Wo du sie hinstellst, ist immer ein rotes Viereck zu sehen. Weißt du was? Da machen wir Platz. Was? Da machen wir Platz. Ah jo. Ähm, Mikro-Glanz in der, aber nicht, dass wir jetzt hier die Gebäude abreißen und später haben wir nicht mehr genug, um die Prozessor-Fabrik bauen zu können. Nee, nee. Nee, 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 nee. Guck mal, guck mal, hier ist fast, hier hast du nur ein rotes, jetzt, ja, da muss das leider dahin. Tut mir leid, äh, wer auch immer da vorher war. Und dann schauen wir, dann schauen wir und sehen, dass sich keiner drum schert. Doch, hier unten. Die Industrie freut sich über die Prozessor-Fabrik. Das ist schön. Und dann hat das Recycling-Zentrum auch endlich mal Wertstoffmangelproduktion. Wertstoffmangel? Ein hohlgefälligster aus dem, äh, äh, aus den Häusern. Leute produzieren, Grund zu viel Müll geschlossen für heute. Ja, 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 das kann ja schon okay sein. Okay, schauen wir mal, die uns Rezertfabrik mal, achso, nee, wir wollten sie ja erst in der nächsten Folge bauen. Das machen wir auch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Egonsohn.